Ich singe euch jetzt zusammen mit den Du's Poins einen wahrscheinlich der größten ESC-Hits, nämlich Waterloo von ABBA. Damit haben sie 74 den ESC gewonnen, damit begann für mich meine große ESC Liebe und den Text von Waterloo, den haben wir umgeschrieben, den haben wir eingedeutscht und wir haben ein paar Lücken gelassen, in die müsst ihr hinein singen. Eure Aufgabe ist, das gesuchte Wort, das in diese Lücke passt, rein zu singen. So, jeder von euch bekommt gleich einen Kopfhörer, damit ihr gut hört, was die Band spielt, was ich singe, damit ihr aber die anderen beiden nicht hört, damit ihr nicht abhören könnt. Und hier oben auf dem Cube seht ihr den Text auch laufen, ihr seht dann auch die Lücke. Es wird euch leicht gemacht, das ist eine kleine Hilfestellung und ganz wichtig, ihr bekommt für jeden Begriff dann später einen Punkt und ganz wichtig, wir haben das so umgetextet in Deutsch, dass es auf einen Reim hinausläuft. Ihr müsst euch nur ein bisschen auskennen beim ESC. Verstanden? Schon an. Okay, seid ihr bereit? Mic check. Mic check. Microphone. Hört man das? Die Du's Poins sind auch bereit. Wir legen los. Dies Lied. Die Fakten sind für ESC-Fans bekannt. Hard Rock. Die Monster auf dem ersten Platz. Sie kamen aus Finnland. Finnland. 82, ganz wundervoll. Da gewann für Deutschland die Kalle. Hört mal hin. Gesiegt hat beim letzten Mal. Mann, es geht. Ha! Pokal als Lohn. Der hat die Form von einem Mikrofon. Gatter Lied von Rafa. Der Song will du. Harder Lied. Harder Lied. Harder Lied. Alles Lied. Du sagst zu, jetzt heißt es, wie viele Points hast du. Du, 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 sagst zu, das war euer ESC Waterloo. Oder auch nicht. Ah! Ja! Ach, strein! Ich habe ganz viele richtige Antworten gehört. Ei, 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 ei. Wir gucken uns die erste Lücke an. Finnland! Das war eindeutig. Finnland! Wir gucken, was Ricardo gesungen hat. Finnland! War das gesungen? Ja, das war gesungen. Du siehst aus wie so ein Richter. Wenn du die Haare heute weiß gemacht hättest, könntest du in England vor Gericht gehen. Ich dachte, das sieht eher aus wie Mozart-Tan, wenn die weiß sind. Nee, wie Bootsie Collins siehst du aus. Du siehst auf jeden Fall super aus. Okay, was hast du reingesungen? Auch Finnland. Auch Finnland? Mal gucken, ob es das aussieht. Aus Finnland! Jeder kriegt einen Punkt, super! Finnland ist richtig! Aus Finnland! Lordi mit Hardrock! Super, wir gucken uns die zweite Lücke an. Hardrock Halleluja von Lordi war das. So, zweite Lücke. Joko. Nicole! Das war gesungen. Mein erster ESC. So, sehr gut. Nicole. Ein bisschen Frieden ist richtig. Kriegst du auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Riccardo, hast du das auch reingesungen? Nicole! Wow! Wow! Ich dachte, es wäre zu geschrieben gewesen und dann wollte ich noch ein Gesang hinterherjagen, damit es trotzdem zählt. Das war wunderbar. Punkt für dich. Nicole ist richtig. Steffen. Nicole. Das ist Gesang. Wir sollten eine Band machen. Super! Wir sollten eine Band machen. Nächste Lücke. Meneskin! Meneskin, richtig. Meneskin. Aus Italien, aber das ist ein dänisches Wort, heißt Mondschein. Punkt für dich. So. Was hast du gesungen? Meneskin. Ja! Oh, wie cool! Ihr habt alle drei einen Punkt. Weiß nicht jeder. Vierte Lücke, bitte. Mikrofon! Wie süß, du guckst beim Singen. Mikrofon! Ich bin konzentriert. Mikrofon ist richtig. Hast du auch Mikrofon gesungen? Ich glaube, ich habe das auch gut gesungen. ausgelassen. Ich habe gedacht, das steht auf meinem Bild hier. Beim besten Willen höre ich gar nicht Mikrofon raus. Hast du das gewusst, Steffen? Mikrofon! Hast rein. Punkt für Steffen. Super! So, fünfte und letzte Lücke. Hat euch lieb! Richtig, Gilde, hat euch lieb. Sehr gut. Punkt für dich. Du auch, oder? Ich glaube, ich habe es ein bisschen später geschnallt. Hat euch lieb! Hat euch lieb! Ich habe es versucht zu reimen. Ich habe es versucht zu reimen. Und dann ist es mir eingefallen. Ja, natürlich gebe ich dir den Punkt. Natürlich! Punkt! Gilde, hat euch lieb! Steffen auch, oder? Hat euch lieb! Oh, ihr seid super Punkt für Steffen! Ihr seid super! Mega Runde! Fantastisch! Super! Bravo! Das war der Euro Wissen Song Contest! Auf Wiedersehen! Na, richtig! A la Euch denke! spannend! Fasting und